Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Plays Disabled Online. Ja, seit langem mal wieder. Das hat jetzt wieder sehr lange gedauert, bis mal wieder ein Video von mir kommt. Es tut mir auch außerordentlich leid, dass bis jetzt keine Videos mehr kommen. Aber das liegt daran, dass ich im Moment überhaupt keine Zeit habe. Also Winter ist, geht ja sowieso nicht im Moment. Ich glaube, das kann sowieso lange dauern. Und zu Hause ist auch nicht gerade jetzt sehr freundlich. Und bald ziehen wir auch wieder aus, aus der Wohnung. Und das kann auch wieder lange dauern, weil diese Wohnung einfach richtig zum Kotzen ist. Und, ja, da ich auch gerne zeichne, also Mangas und so, also anmalen, es dauert auch immer so vier bis sieben Stunden, das anzumalen. Und, ja, dann spiele ich vielleicht auch mal andere Spiele oder so. Und auf SSO gerade nicht so richtig Lust, aber es ist halt so. Trotzdem habe ich ja einige Abonnenten wieder dazu bekommen. Und da dachte ich immer, ach, die abonnieren mich und ich mache keine Videos. Ach, das fühlt sich dann immer so an, als ob ich euch enttäusche und so. Ähm, natürlich habe ich nicht auf die Uhr geguckt, aber es ist halt immer so. Äh, ja. Ähm, und, ja. Und jetzt, vorigen Tagen ging es auch nicht, weil ich beim Zahnarzt war. Viele denken, ja, toll, beim Zahnarzt, ja, nee, ist klar. Diesmal war es aber keine Kontrolle, sondern Freilegung. Da hatte ich wieder so eine Fresse von einer scheiß Betäubung. Und jetzt kann ich nur noch Brei und so einen Scheiß essen. Nee, das kotzt mich gerade wieder so an. Ich hasse das, wenn ich nur irgendwelchen Müll fresse. Und die tun da, glaube ich, keine Spiele oder so. Dann wollen wir jetzt nicht die mal stören. Ähm, ja. Und morgen ist Montag und da habe ich auch wieder einen Termin. Da muss wieder, meine, also, ich habe hier eine Zahnspange und dann kommt da eine neue Brecke drauf und so eine scheiß Kette. Ja, ein bisschen Zahnschmerzen habe ich auch jetzt noch, aber nicht so viel. Und, ja, Donnerstag am 11. September fängt auch wieder die scheiß Schule an. Da komme ich in die 9. Klasse und dann kommt irgendwann mal Praktikum und so ein Müll. Ausbildung suchen. Ja. Ne? Da kommen wieder die ganzen Arbeiten, Hausaufgaben und so wieder. Dann kann das erst recht lange dauern, bis ich wieder Zeit dafür habe. Die Serie, ähm, ja, für die Serie habe ich jetzt auch nicht so viel Zeit, weil das auch lange zum Bearbeiten braucht. Und, ja. Ähm, ich habe aber ein neues Bild gemacht, wo, also, wenn immer am Anfang des Videos steht auch immer Magic Courses, Kapitel bla bla, der bla, das bla. Ich habe ein neues, äh, Kapitelbild gemacht, das kann ich euch ja mal am Ende des Videos einblenden. Und, ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und, ja. Ähm, da ja ich schon bald 80 Abonnenten habe, was richtig viel ist, Okay, welche haben wir über 1000, aber für mich ist das sehr viel und wir sind anscheinend gleich ein Championat. Äh, stimmt. Aber mit meinem Level 8-Pferd habe ich jetzt nicht so viele Chancen dafür. Ähm, und, ja. Ist halt so, ne? Äh, was wollte ich noch sagen? Genau, da ich ja bald 80 Abonnenten habe. Und, dann ist es ja nicht mehr weit von der 100 entfernt. Äh, ich glaube, dann würde ich richtig abfeiern. Äh, dann können wir das ja vielleicht mal so machen, da ich ja fast dann schon 100 habe. Denke ich mir mal, ja, wo bleiben die denn in den Kommentaren? Sind die überhaupt noch anwesend? Ich brauche, äh, wirklich mal von euch ein bisschen Kritik oder so. Oder mal sagen, ja, Niemand hat auch gefragt, ja, kommst du mal, machst du noch mal ein Video oder so? Ich frage mich, wo ihr dann bleibt, also. Und für den 100 Abonnenten ins Special brauche ich euch auch alle, weil ich ja Fragen von euch brauche. Also, ihr solltet mir Fragen stellen, dann können wir auch dabei ein Fantreffen machen, während ich die ganzen Antworten gebe. Also, aber wenn ihr da nicht da seid oder so, dann weiß ich auch nicht. Das ist ein bisschen blöd, wenn ihr da nicht da seid oder so. Können wir mal ein gemeinsames Treffpunkt machen, aber wenn ihr keine Kommentare schreibt, Also, ihr seid gar nicht anwesend, die meisten von euch, nicht alle, äh, dann weiß ich nicht, was ich dann machen soll. Also, dann lohnt sich auch ein Special nicht, wenn ihr mir keine Fragen zum Beispiel stellt. Das ist ein bisschen, ja, nicht so vorteilhaft. Vielleicht mache ich, glaube ich, äh, gleich noch ein Part. Und wir nehmen dann, äh, ein Champion-Nord auf, weil ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Genau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Das ist ja okay, nicht spaßig gewesen, aber, ja, tut mir leid, dass ich nicht so oft Videos machen kann, aber Privatleben geht vor. Naja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit meinem schönen Thunderblot hier. Kann man nochmal, genau, was ich auch noch anzusprechen habe. Nur, ich weiß grad nicht, wie die Zeit jetzt ist. Deswegen schneide ich das jetzt kurz rein. Ich mach kurz einen Cut. Bis gleich, Leute. So, bin wieder da. Ähm, ja, es waren grad mal fast 6 Minuten gewesen. Okay, das ist egal, ob ich hab nicht auf die Uhr geglotzt. Tue ich auch jetzt schon wieder nicht, aber mir egal. Ähm, und zwar, oh ja, jetzt bin ich hier grad ein bisschen am suspekter Stelle dafür. Und zwar das neue Update, die Emotionen. Also, die finde ich ja eigentlich ganz geil. Nur, ich finde, warum steht da, du schlittst dich vor Lachen? Das, warum muss dann dann immer so, äh, dieses Orange da stehen? Das finde ich ein bisschen blöd, weil, das könnte echt auf Dauer nerven. Weil man hätte es so machen können, dass sie einfach lacht und dann steht, du schlittst dich vor Lachen. Ich mein, toll, das kann man ja auch hören. Und sich denken, wenn man da einigibt Lachen. Also, nee, das ist ein bisschen dämlich. Und du lächelst vor Freude, finde ich ein bisschen behindert, weil die überhaupt gar nicht lacht. Also ein paar davon sind ein bisschen dumm. Ähm, ja. Nee, das ist ein bisschen behindert. Also, sprechen, finde ich. Ja, hätte sie auch Ja sagen können. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, aber sie macht so, mhm, mhm. Und nein, macht sie, glaube ich, mhm, mhm. Ja, so, mhm, mhm. Ja, so, das, äh. So, wuhu. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also, das finde ich schon richtig... Das finde ich ganz cool. Aber warum da zweimal Tschüss ist, weiß ich nicht. Ähm, ja, Mögen finde ich ganz cool, mit dem Daumen nach oben, weil man könnte das zum Beispiel so machen, wie bei den, äh, Kings oder so. Zum Beispiel, um geht man dann Mögen ein, und dann macht man dann so springen, so, Juhu, was geht's. Ja, lachen finde ich absolut das Beste. Und wie die dann so macht, Ah, ha, 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 ha. Ja, noch mal das Ganze. Ähm, ich hab gemerkt, dass ich nicht aufgenommen habe. Und da war Netzwerkfehler, habt ihr ja gesehen. Was mich gerade jetzt ziemlich anpisst. Und jetzt kann ich auch diese scheiß vier Minuten jetzt auch warten und weiß nicht wenigstens, wie lange ich schon aufnehme. Ähm, ja. Und weh, das nimmt jetzt nicht auf, dann raste ich aus im Leben. Ich will jetzt auch nicht schon wieder Cut machen, nur um zu glotzen. Ähm, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es geht, und wenn nicht, dann halt nicht... Das ist mir nicht so dumm ein Fall. Ja, noch mal. Ähm, was ich gerade vorhin gelabert habe. Wahrscheinlich, vielleicht rede ich es nochmal umsonst, aber ist mir egal. Hauptsache, 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 Hauptsache. Ja, ich glaube, mich zu Tode. Ja, ich ignoriere mal welche, weil ich kann mir vor Kopf die zu sehen. Och, wieso steht da eigentlich Abbruch? Das ist total unnötig. Hallo. Tschüss. Ich ignoriere jetzt mal die ganzen Level-Funktionaren, so. Ignorieren. Ich muss auch eine Freundin von mir sagen. Tschüss. Ja, ich werde jetzt nichts sagen, aber... Wenn jetzt ihr davon welche seid, dann sorry, aber ich mag das einfach nicht, äh... Wenn welche mir die Sicht nehmen. Das mag ich einfach total nicht. Oh, mit der werde ich bestimmt reiten. So sind wir sowieso, wenn die fast dieselben, die... Ja, und ich reite fast gar nicht so oft, Charms. Ach, kann ich mal die andere haben. Danke. Ich weiß gar nicht, wie nervig das ist. Ich sage, ja, warum macht es denn jetzt recht? Sobald ich das halt mache. Ob ich keinen Bock hab. Mit denen. Und dass mich die dann nerven. Kann ich mal die Pia haben? Okay, die Level-Spurl, okay. Alles mir egal. Alles mir egal. Alles mir egal. Vielleicht ignoriieren mich auch selber welche. Das hoffe ich auch mal. Und tschüss. Ach, so, die ist gar nicht... Die aber. Ja, das war klar. Und die. Das war, das war klar. Ach, man. Das war schon wieder so... Das ist doch echt beschissen. Oder war noch einer? Ja, wenn ich mich beim Scham schlage, interessiert mich null. Ich will einfach nur einen Scham machen. Könnt ihr mal sehen, wie schlecht ich bin. Da, 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 da. Da, 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 da. Jetzt kommt da noch jemand. Muss das sein. Ich hoffe, die ist nicht mal in einem Level. Meine Fass. Dieser müsste jetzt noch hier alles sein. Meine Güte. Ich soll nicht ausschauen. Ich soll nicht ausschauen. Hallo. Tschüss. Ja. Das sind sowieso immer dieselben, die gewinnen. Ich kann mal mit dem beschissenen Zinn an eine Gruppe. Das ist einfach so. Ich frag mich, ob man alle in der Welt ignoriieren kann. Das wäre mir echt geil. Tut mir leid, Kumpel. Tut mir leid. Oh, ist das schön. Verdammt, das sind ja noch welche. Verdammt, die kann ich nicht allegorieren. Verdammt, das schaffe ich nicht. Nein. Nein, ich will die leer haben. Komm schon. Verdammt. So, jetzt muss ich die Grafik runterschauen. Boah. Soll ja besser sein. Verwagst. Boah. Das ist schon fast über 5 Minuten, nehme ich also auf. Okay, dann ist es ja egal. Ich habe irgendwie gerade voll Herzglücken. Dann sehen wir mal, ne? Weiß ich überhaupt noch, wie das alles aufgebaut ist? Äh. Oh, ich hoffe, dass es aufnimmt. Oh, du Scheiße. Lauf, Mann. Lauf um dein Leben. Lauf um dein Leben. Ich weiß sowieso, dass ich verkacken werde. Das weiß ich einfach. Das weiß ich einfach. Das weiß ich einfach. Das weiß ich einfach. Lauf, du Scheiße. Aber die anderen haben sowieso, ähm, schon bessere Chancen, aber ist mir egal. Ich bin ja nur hier, ums Börst zu hören. Ich bin ja nur hier, ums Börst zu hören. Ich bin ja nur hier, ums Börst zu hören. Ich glaube, man sollte hier, äh, ganz langsam reiten. Wenn die kommen, dann sollte man hier so stehen bleiben. Und einfach nur schnell. Ach, dann werde ich eben dritt. Das ist mir auch egal. Ach, verdammt. Was will der denn? Ne, die sind irgendwo, keine Ahnung. Schon ganz beim Ziel. Bin ich mir sicher. Ist mir auch scheißegal. Ist mir egal. Ist mir egal. Also nach langem... What the fuck? Dass ich mal wieder in Scham reite, stelle ich mich doch gar nicht so schlecht an. Das sind einige Monate her. Weil ich nie Bock hatte. Nie Bock hatte. Nie Bock hatte. Nie Lust. Oh, das ist ein echtes dummes Pferd, weißt du das? Verdammt, ich hätte vielleicht noch besser werden können. Stimmt, ich hätte jetzt aus der Gruppe gehen müssen, ne? Verdammt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin Dritte geworden. Das Mal nach seit Langem ist es eigentlich ganz okay. Wie gesagt, das ist mir eigentlich scheißegal. Ich wollte einfach nur einen Scham machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann würde ich mal sagen, bis dann und ciao, Leute. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Da ist auch die Dingsmedaille. Ja, danke fürs Anschauen. Ja, hallo und willkommen zurück zu, äh, da ich ja am Ende gesagt hab des Videos, meine Maus spinnt, am Ende des Videos gesagt hab, ähm, dass ich euch das Bild zeigen werde. Ja, ähm, ich bin grad bei Facebook drinnen, hier in Mainz, also wenn ihr mich sucht, ähm, Bilder, also ihr könnt auch bei mir drauf gehen und dann steht da bei Gruppenbilder. Ähm, ja. Und das hier nehm ich dann immer für Magic Courses jetzt. Ich kann das mal ein bisschen schneller laden, hallo? Meine Maus kackt voll ab. Irgendwie kackt hier grad alles ab, irgendwie. Weiß nicht wieso. Ach, der leckt mich am Arsch. Was ist das denn für ein Scheiß, hallo? Dein Ernst. Hallo, was ist das denn für ein Scheiß jetzt? Ja, egal. Dann, äh, seht ihr das von hier? Ähm, wieso ist denn meine Maus jetzt grad zum Abscheißen? Ja. Wie geht das jetzt? Ja, jetzt geht's. Ähm, das ist das Bild. Dann geb ich dann hier ein, Kapitel... ...7, glaub ich. Äh, so und so. Also ich hab wirklich noch nichts mehr gezeichnet, also mehr gemalt, also bearbeitet, also... Ja. Hab ich auch wirklich im Moment überhaupt keine Zeit zu. Und ja. Das ist das Bild, was ich euch einblenden wollte. Ja. Ihr könnt ja auch, ähm, wenn wir eine Freundschafts- Ups. Wenn wir eine Freundschafts-Infrage schicken, per... ...hier bei mir. Und dann, ähm... ...kannt ihr mir ja auch eine Nachricht schicken, ja, können wir nicht aufnehmen oder so? Und da sagen, ja, ich hab ein paar Freunde, die auch mitgehen. Wenn ich jetzt nicht unbedingt eine Person da, die ich jetzt da mit reite, ich will mehrere, dann... ...dann lohnt sich's mir. Ey, das Bild ist schön. Hallo? Ja, also welche könnte ich gut zeichnen? Äh, bearbeiten meine ich. Ähm. Ja, ich wollte euch das Bild zeigen und ich gucke mir jetzt hier so ein paar Bilder an. Und... ...ja. Würde ich mal sagen... Tschüss, Leute, wir sehen uns dann. Oh, meine Amy! Ja, äh... Würde ich mal sagen... Ich hoffe, das Championat und so hat euch gefallen und... ...ich hab's grad hier am Hochladen. What the fuck? 160... ...Minuten. Dein fucking ernst? Das war grad bei 60. Wow. Ja, er geht doch gleich bis 200 Minuten hoch. Ja, nee, ist klar. Ach, du Scheiß. Ja. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Ach, leid mich doch. Ja. Und meine Maus ist total auf dem Scheiß. Ja. Dann würde ich mal sagen... Tschüss, sonst geht es noch in die Überlänge hier. Ach, du Scheiße. Ja. Ja.